Wir sind mit der ganzen Familie schon das dritte Mal hier und in Folge der ganze Service, die Freundlichkeit der ganzen Mitarbeiter, das ist schon bemerkenswert und das gute Essen inklusive des guten Weinkellers. Das absolut Tollste finde ich immer, wenn man hier ankommt, wird einem geholfen das Auto auszupacken und man hat direkt Urlaub vom ersten Augenblick an. Die Gäste kommen, die ich auch schon begrüße und kriege Autoschlüssel von innen und dann das Gepäck bringe ich schon ins Zimmer und das Auto verparken und wieder an Abreise. Auch so mache ich schon Autos freistellen und alles was man braucht. Wir sind das vierte Mal im Hotel Vogler und uns gefällt besonders die familienfreundliche und entspannte Atmosphäre und es ist einfach ideal, wenn man als Familie Urlaub machen möchte, hat jeder was davon, sowohl die Eltern als auch die Kinder kommen auf ihre Kosten. Es gibt hier ein schönes Schwimmbad, ein Kinderbereich, wo auch Kinder alleine sich umtun können und unter ihresgleichen Spaß und Unterhaltung haben und die Eltern haben auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, ein bisschen in der Bar zu verweilen und das alles in dem wunderschönen Skigebiet der Faust ist schon eine ganz gelungene Kombination. Die Kellner finde ich total nett und die Spiegelkeller finde ich total toll. Die Rutschen und das Schwimmbad ist ganz toll, die Wellenrutschen, es macht total Spaß. Hier soll es ganz toll sein, im Sommer kann man Pony reiten, schwimmen fahren, wandern und ganz viel erleben. Was ich auch ganz toll finde, ist ein Stall mit Ziegen, Pferden, Ponys. Und die Rezeption ist auch ganz nett, die Leute an der Rezeption. Und in der Kinderbetreuung sind die Mädchen, die da arbeiten, auch sehr, sehr nett. Also im Winter ist es eher hauptsächlich mit der Kleinkinderbetreuung, wenn die Eltern Skifahren gehen. Und im Sommer haben wir Gruppen, wo wir die Kinder aufteilen und mit denen gehen wir dann auf den Berg, im Wurmliwasser, wir gehen auch schwimmen, auch in den Hochseilgarten. Also alle Aktivitäten, die hier in Surfhaus sind. In Surfhaus, we have enjoyed our holidays here, this is the third year we come and for our family, it's fantastic. It's very well organised, everything is here that we need, this is the best hotel we've stayed in, in Surfhaus. Lovely staff, delicious meals, lovely rooms and everything is perfect, very, very good. We would come again.